Hallo zusammen, ich habe ein Päckchen bekommen von Christian, Mr. Schrotti 11. Danke erstmal, dass wir getauscht haben, dass du mir ein Mystery-Päckchen zuschickst. Ich weiß wieder nicht, was drin ist, aber eine Sache weiß ich, die von dir drin ist, und zwar von diesem Film, von Fake News, die Austausch-Disc. Ich glaube, ich habe da ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass am Ende des Films die Disc stoppt und ins Hauptmenü wechselt. Ungefähr so eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde vorm Schluss stoppt auf einmal der Film und dann springt der Film ins Hauptmenü. Und hier in diesem kleinen Päckchen ist die Austausch-Disc. Darum hast du dich gekümmert, Christian, und du hast das Label angeschrieben, dass ich das Problem habe und wegen der Austausch-Disc. Und das hat jetzt geklappt. Dann öffne ich das mal. Und du hast mir noch geschrieben, du hast noch einen zweiten Film mit reingepackt. Erstmal, ich mache es ganz ruhig. Erstmal hier. Was ist das denn für eine geile Hülle? Erstmal hier. Bonus-Disc. Bonus-Disc? Also hier. Von Fake News. Nacht im Arsch. Fake News. The Bloody Truth. Gore Award. Film. Basement Horror Film. Hier unten steht aber Bonus-Disc. Uncut-TV. Hier unten steht Bonus-Disc. Eigentlich soll das die Austausch-Disc sein. Was steht hier hinten drauf? Bonus-Material. Hier steht hinten drauf. Entdecken Sie die blutige Wahrheit mit Fake News. Mit dieser Bonus-Disc. Achso. Hier finden Sie den kompletten Film unzensiert und in voller Länge. Und das Beste daran, wir garantieren, dass dieser Film absolut fehlerfrei ist. Naja, zumindest haben wir uns ein Bestes gegeben. Begleiten Sie uns auf eine abenteuerliche Reise durch Fakten. Halbwahrheiten und Verstören. Achso. Also hier drin ist der Text. Hier drin ist jetzt die fehlerfreie Disc. Die fehlerfreie DVD von diesem Film. Fake News. Das hat gut. Gut, dass das jetzt geklappt hat. Und danke auch an das Label. Was haben wir für ein Label? Uncut-TV. Dass ihr das möglich gemacht habt, dass ich jetzt diese DVD bekommen habe. Und den hast du noch in den Bonus-Film reingeparkt. Okay. Kenn ich nicht. Zombie Night hast du mir mit reingeparkt. Zombie Night Teil 1 und Teil 2 ab 16 ist der Uncut. Weil ein Zombie-Film ab 16 sollte eigentlich nicht Uncut sein. Und ich weiß nicht, ob der Uncut ist. Auf jeden Fall hier Zombie Night Teil 1 und Teil 2 ab 16. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob dieser Film Uncut ist. Würde mich brennend interessieren. Okay, Freunde. Das war jetzt das Video für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Einen schönen Morgen. Mittag. Wann immer dieses Video schaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.